Hallo ich bin kein Taxi aber habe ich muss allerdings wo wirst du denn hin auch verdammt ich habe die Stadtlinie gemacht Wart mal auf mich ich muss sowieso gleich sechs Sekunden also richtig hat man sechs Sekunden gute Fahrer Ruyo eine gute Fahrer ein Radio einer Fedio weil ich was sicher machen da könnte es so leichter werden wir in YouTube bekommen das geht bei mir gar nicht und geht das nicht also soweit ich weiß ist dass bei GTA San Andreas beschränkt mancher Sound durch Aura und Sound Headset jetzt weiß ich allerdings nicht ob das auch auf den Sound zutrifft kommt mir so vor weil ich glaube ich noch nie auf Absalber Radio gehört Aha hast du abgekürzt? Ich bin das oarm bleibt sie stehen hey hey ich geb dir gleich oharmt hey 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 Ton Jonah Chis er n boast ein Leiter das ist ein Sabind sich zurück weh also ich denke mit den festen 3 zu be taken brought into 2 und 3 77, 69 Oh, ich hab den halt überfahren Wir wollen die Gürze durch Fahren wir nebeneinander an die Haltestelle hin, komm Du, rechts Das ist doch auch ein Schloch Mein Bus hat auch Gefühle, ob du's glaubst oder nicht Wir fahren hier wie Die Behinderten Erfahrt wird kommen Erstmal menschwer Es schreibt man, ich bin kein Taxi Die Spiegel-Taxi Warum denke ich nicht, manche Leute, die sich wie ein Busfahrerste-Taxi Ich meine, ich denke eigentlich in echter Busseil und sage, als ich möchte gerne da und da Doch, manche machen das Im Ernst? Ja Der Bus-Simulator oder was? Nö, aber nachts kann man ja bei manchen Arschloch Die Jugend von heute Du könntest ja auch heute nicht hinfahren Tu, ich Ey, das Buschall stellt sich nicht dafür ausgelegt, dass zwei hintereinander da stehen, äh, nebeneinander Doch, war dir schon Denk nicht mal dran Wollen wir noch eine Runde fahren dann, oder? Ja Mal umgucken auf dem Sauer Ja, wir können uns auch mal ein bisschen umgucken, was es so gibt Wir wollten ja mal zu diesem Strandgedöns da, ne? Machen wir das mal nach der Runde Strandgedöns? Zu diesem Freizeit-Fun-Gedöns Ja genau, da wollen wir hin Deck dich mal dran So, wir wollten zum Strandgedöns, ich will mal zum Autohändler Ja Und ich verzeihe, wir fahren jetzt erst mal die Runde zu Ende, dann fahren wir den Bus zum Strandgedöns Ne, ich will erst mal zur Bank, weil ich Geld einzahlen will, weil ich weiß nicht, wer mal stirbt, ob man das dann verliert oder so Nein, man verliert doch nicht alles Geld, man Das auf der Hand hat Ne, aber ich will es lieber auf der Bank haben, das will ich sicher Ne, klar Bist du auch in das Auto da vorne reingefahren? Ja Ja Der iPhone ist oder ist Fahrlehrwerbdienst? Heißt sich der iPhone, das heißt Derifon Der iPhone Derifon Der iPhone Derifon Der iPhone Derifon Der iPhone Scherli, der ist dein, dein erzählt Verwandter Ja, wo? Die will auch vorher Achso Und ich da, du sagst, was Nettes Hehehe Sexshop Sehr interessant Hupup, ein maler Bus Blinkt nach rechts Blinkt nach rechts warum er kann er das ist auch schon gefahren wo ist da einer weißt du war es richtig ja auch das GPS oder es ist da wie Schleswig Makos Bahn zwischen Los Santos und Los wenn du lässt lass wenn du was meint der wohl oder hoffe ich mal Schleswig zuletzt auch Scherde Däck dich weiter an ich bin da oben vom Berg runtergefallen ich bin da runtergefahren also fahren wir jetzt zum Autohändler der Wegst du dir ab morgen wird was die Mocker ist das GPS ich steig bei dir ein dass der Stabby um Fahrzeugverkauf Vermietung warte ich steig bei dir ein guten Tag ähm Autos günstig Schicks mal das war ja auch sicher dass vielleicht war die Rade ausschalten sehr gut es wird so sie gelaufen das ist Musik gelaufen der Klasse wirklich sehr böser Bub bei der in der 11 von 60 Minuten Pair 21 von 60 Minuten Tieter Scherde welches Level bist du das auch nur gestiegen bei der Empfehlung ich weiß nicht das ist jetzt der Stetsch 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 das war ich nicht O-Filanzen die Kreidelein ich sage I don't be a Finanzberater Uuhaa Wo gehst du hin? zu billig Autohaus aus Dixudin Ah die fahren ja alle mit dem Bus hin hier gibt es nur Scheiß Autos lasst zu seuren Autos fahren nein hier gibt es doch keine was kaufen wir uns der ist doch cool der hier der VW muss nein komm mal her der hier kann man da einsteigen ja stimmt der geht eigentlich der wurde hier der ist blau der ist rot der kostet 29.000 verkauft wird ECK oder Barzahler und Barzahler Fahrzeug gekauft Steck aus ich hab ihn wo ist mein Auto? das steht da jetzt irgendwo da hinten na toll ist das geparkt ich will das Auto du hu 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 Slash Lock Slash Lock ich will hä wo ist das Auto? welches ist das denn? Fahrzahlung Flash Auto schau mal ob da gleich ein Auto bei dir scheint Haus Hotel Befehle Handy Befehle ja auf meinem Spacko Slash Car Key auswählen Slash Carousel Slash F Lock Ah du bist nicht dein Fahrzeug Danke du hast ja toll geparkt warte lass uns vorne wegschieben ja da hinten will ich's wegschieben es ist zu wenig Platz wegen der Mauer Au geh runter von mir Slash F Lock oder? Slash Motor Slash 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 Hilf gleich ich lass mich gar das aufsperren keine Ahnung was geht dem Auto das hat der